Nachdenkseiten Die kritische Website Die Meinungsmache gegen Wagenknecht und Gefährten ist eröffnet Ein Kommentar von Tobias Riegel Journalisten und andere politische Gegner einer neuen Partei mit Sarah Wagenknecht laufen sich bereits warm für die Stimmungsmache gegen die vielversprechende gesellschaftliche Stimme. Tenor einiger Medien und ihrer Pseudo-Linken oder auch rechten Kronzeugen Die Linke ist wegen Wagenknecht kaputt und für die neue Partei gibt es doch gar keinen politischen Anlass Motivation der Gründung ist demnach nicht die schlimme Regierungsarbeit der Ampelkoalition sondern kann nur populistischer Geltungsdrang und Moskau-Hörigkeit sein Von einer anderen Seite kommen Vorwürfe Die neue Partei richte sich allein gegen die AfD und würde somit die Opposition spalten Mit der Ankündigung der Parteigründung durch die Politikerin Sarah Wagenknecht am Montag wird sich auch die Berichterstattung vieler Medien über Wagenknecht nochmals zuspitzen Teile der Berichterstattung in zahlreichen Mainstream-Medien über die Politikerin sind schon seit geraumer Zeit als unredliche Diffamierung zu beschreiben wie die Nachdenkseiten etwa in drei verlinkten Artikeln berichtet haben Weitere Links zum Thema finden Sie unter dem verschriftlichten Text Das aktuelle Titelbild mit der Überschrift Das sind die Wagenknechte kommt von der Bild-Zeitung Der zugehörige Artikel ist aber noch vergleichsweise zahm Härter geht der Spiegel zur Sache Der etwa im Beitrag Wer folgt Sarah Wagenknechts Ruf eine mögliche Unterwanderung von Rechtsextremisten in den Raum stellt Der Spiegel weiter Mit dazu gehört auch der russlandnahe Andrei Hunko der mehrfach außenpolitische Eklats provozierte und während der Corona-Pandemie mit Rechtsextremisten demonstrierte Zitat Ende Absurd wird es, wenn schon die alleinige räumliche Nähe von Verschwörungsideologen irgendwie zur Kontaktschuld von Seiten Wagenknechts hingebogen werden soll Zitat Der Unterstützerkreis von Wagenknecht reicht ins rechtsextreme Lager hinein Vergangene Woche saß etwa eine halbe Stunde gleich neben Wagenknecht auf der Bühne in Halle der Verschwörungsideologe Martin Lejean als Wagenknecht nach ihrer Lesung noch Bücher sinnierte Das Magazin lässt sich auch nicht dadurch beirren dass es keinerlei Verbindungen zwischen Wagenknecht und Lejean gibt wie beide Seiten betonen und auch der Spiegel selber schreibt Er, Lejean, sagt, er sei bei Wagenknechts Termin gewesen um die Veranstaltung zu dokumentieren und habe nicht vor, der Wagenknecht-Partei beizutreten Wagenknechts Büro sagte auf Nachfrage, mit ihm nichts zu tun zu haben Zitat Ende Man kann positiv festhalten Es ist entlarvend, wenn von Wagenknechts Gegnern zu solchen Strohhalmen gegriffen werden muss bei den Versuchen der Politikerin irgendwie eine Kontaktschuld zu bescheinigen Putin darf sich freuen Am heutigen Dienstag schreibt etwa der Kölner Stadtanzeiger Während sie milde lächelnd ihre bisherige politische Heimat, die Linken, zertrümmert schiebt sie mit viel Geschick eine neue Partei an den Start Der Münchner Merkur behauptet Putin darf sich freuen In Deutschland formiert sich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht die zweite mächtige politische Kraft nach der AfD die vom Hass auf Amerika und der Liebe zu Moskau lebt Beide zusammen könnten 2024 bei den drei Landtagswahlen im russlandfreundlichen Osten die Ost-West-Achse der Republik verschieben Zur Außenpolitik hatte auch der Spiegel geschrieben Außenpolitisch steht diese Strömung für abwegige radikale Positionen Raus aus der NATO Keinerlei Waffenexporte Auch nicht an Israel Keine Sanktionen Nicht mal gegen Putins Russland Sollte das umgesetzt werden Müsste sich Deutschland aus der westlichen Staatengemeinschaft verabschieden Russland und China heißen die neuen Partner Kurzer Einschub, weil die Außenpolitik eine wichtige Rolle spielen wird und Vorwürfe des Ausverkaufs an China oder Russland wahrscheinlich zunehmen werden Die Vorstellung, Deutschland könne auch als Brücke zwischen den Blöcken der kommenden multipolaren Weltordnung fungieren wird in diesen Argumentationen oft gar nicht zugelassen Ebenso die Feststellung, dass selbstverständlich kein naives oder romantisches Verhältnis zu Russland angestrebt werden sollte sondern ein vernünftiger und sachlicher Umgang zum beiderseitigen Nutzen Nicht zuletzt fällt oft unter den Tisch, dass ohne eine Verständigung mit Russland eine friedliche Ordnung in Europa gar nicht vorstellbar ist Eine solche Verständigung mit Russland muss nicht die Verdammung der oder eine Abkopplung von den USA bedeuten Neue Partei ist schlecht für die Demokratie Versuche, die Gründung einer neuen Partei als irgendwie schädlich für die Demokratie darzustellen, sind schon länger zu beobachten So schrieb die Wirtschaftswoche zur neuen Wagenknecht-Partei Kurzfristig gut für die Volksparteien, langfristig schlecht für die Demokratie Auch der Spiegel meinte kürzlich zu Wagenknecht, sie schadet der Demokratie Bereits im Februar hatte das sogenannte Redaktionsnetzwerk Deutschland anlässlich der Friedensdemo von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht geschrieben Warum Sarah Wagenknecht eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist Wagenknecht wird aktuell erwartungsgemäß von Pseudo-Linker und von konservativer Seite angegriffen So sind plötzlich ansonsten politisch bedeutungslose Linkenfunktionäre wieder in den Medien gefragt Wo sie als Stichwortgeber für die nun fadaufnehmende Meinungsmache gegen Wagenknecht fungieren dürfen So zitiert das ZDF Gregor Gysi, der Wagenknechts Vorgehen als moralisch und politisch falsch bezeichnet Andere Ex-Parteifreunde werden etwa mit die totale Ego-Show zitiert Eine Kritik von konservativer Seite formuliert etwa die Welt am Sonntag Für die meisten Bürger sind die soziale Frage und die wirtschaftliche Stabilität entscheidend Und dazu gehört auch eine angemessene Migrationspolitik Doch so zutreffend ihre Kritik an dieser Stelle auch ist Das allein darf nicht darüber hinwegtäuschen, woher Wagenknecht kommt Sie war Mitglied der SED und gehörte zur linksextremistischen kommunistischen Plattform Und wohin sie mit ihren linksautoritären Idealen geht Und so ist Wagenknechtspartei keine Lösung, sondern Teil des Problems Der einzig positive Effekt liegt darin, dass die Linkspartei damit Geschichte sein dürfte Auf den Vorwurf des Personenkults geht das Medienmagazin Table ein Man kannte die Gründung von Parteien um eine Person herum bisher eher zum Beispiel aus Frankreich, Mélenchon oder Italien, Grillo, Fünf-Sterne-Bewegung Auch altehrwürdige Parteien wie die ÖVP in Österreich haben ja schon mal als Liste kurz filmiert Chapeau, Frau Wagenknecht Respekt vor der Öffentlichkeitsarbeit des neuen Projekts äußert dagegen die Frankfurter Rundschau Normalerweise ist die vierte Macht im Lande doch dafür da, um die Politik kritisch vor sich her zu treiben Im Fall der Wagenknecht-Partei hat deren Galleonsfigur den Spieß umgedreht Und die Journalistinnen reihenweise zappeln lassen und zu ihren PR-Zwecken instrumentalisiert Man kann es den Macherinnen vom Bündnis Sarah Wagenknecht nicht einmal zum Vorwurf machen So kann man eine Partei, die noch nicht einmal gegründet ist, natürlich auch bewerben Chapeau, Frau Wagenknecht Zitat Ende Es gibt momentan auch viele Befürchtungen von rechts Wagenknechts Partei würde sich vor allem gegen die AfD richten und somit die Opposition spalten Ich meine, wer Kritik von so vielen verschiedenen Seiten provoziert, macht auch etwas richtig Ich stehe dem Projekt vorsichtig optimistisch gegenüber Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte